Yo, hier my friends and welcome, äh halt diesen Kanal gibt's schon eine Weile nicht mehr. Was geht ab Leute, Zane ist wieder da und zwar gibt es neue Informationen aus dem Data Book Reveal Card. Rund um die Blackbeard Bande, den Charakteren aus dem Chaya Arc und noch ein paar mehr. Wie immer, aber erst nach einem kurzen Intro. Und fangen wir direkt mal bei der Blackbeard Bande an und hier haben wir unseren geflügelnden Lafitte. Dieser ist der bestätigte Navigator der Crew und hat ein Kopfgeld von 42,2 Millionen Berry gehabt. Wichtig gehabt, denn alle Kopfgelder die ich euch heute nenne bzw. von der Blackbeard Bande sind Pre Timeskip, also vor dem Timeskip. Dann der Arzt der Bande ist wie anders erwarten Dog Q. Mit einem Kopfgeld von fucking 42 Millionen Berry. Mein kleiner Spoiler vorweg, damit hatte er Pre Timeskip das höchste Kopfgeld der Blackbeard Bande. Ja sogar höher als Blackbeard, denn wenn ihr euch noch erinnern könnt Blackbeard hatte Zero. Steuermann der Bande mit einem Kopfgeld von 20 Millionen Berry ist Jesus Burgess, der Sniper der Bande mit 64 Millionen Berry, One Ogre. Peccoms hat bestätigtes Observations- und Rüstungshaki. General Frankie ist 13 Meter groß und somit so groß wie ein kleiner Riese und besteht komplett aus Vapometall, das Material welches Vapo ja mittlerweile produziert. Bellamy hat auch Observations- und Rüstungshaki und ist 195 Millionen Berry wert. Big Knife Circus hat ein Kopfgeld von 38 Millionen Berry gehabt. Ist der eigentlich mittlerweile tot? Oder hat er den Anschlag von Doflamingo überlebt? Bin ich mir nicht sicher. Falls ihr das wisst, schreibt es einmal unten in die Kommentare. Mon Bloor Cricket ist 25 Millionen Berry wert. King Kong, äh ich meine natürlich Masera ist 23 Millionen Berry wert. Und Jojo der andere Affe ist 36 Millionen Berry wert. Und zu guter Letzt noch Wadatsumi, denn dieser ist 80 Meter groß und somit so groß wie größer als jede fucking Riese. Bis auf San Juan Wolf mit seiner Teufelsfrucht, der ist dann nochmal größer. Ja, das waren erstmal alle Informationen aus dem Databook Review Card für diesen Monat. Waren jetzt nicht ganz so spannend wie die letzten Informationen, die wir so bekommen haben. Ich hoffe im nächsten Monat wird es wieder interessanter. Wobei mich das mit Doc Q immer noch fickt mit seinem Kopfgeld. Also 42 Millionen Berry ist halt schon heftig. Naja gut, ich hoffe dieses kleine Video hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, klickt einmal auf den Abo Button, falls ihr noch nicht geklickt habt und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein, ciao.